Das Gesetz über die Verdächtigen hat eine Massenhysterie ausgelöst. Ein falsches Wort und man war ein toter Staatsfeind. Bürger, es gab ein Irrtum. Ich bin kein Royalist. Ihr wurdet alle von euren Mitbürgern als Feinde der Freiheit angezeigt. Ich habe Informationen für Robespierre. Bürger Robespierre. Es gibt Feinde in unserer Mitte. Didier Paton, ein Patriot, der zum Superspion wurde. Haben wir nur einen Tyrann durch den anderen ersetzt? Paton schlug ein wenig über die Stränge. Er radierte hunderte Pariser aus. Kein Verbrechen war zu gering. Er war ein so guter Schnüffler, dass er mehr fand, als gut für ihn war. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Den Templerorden. Und ihr könnt diese Bürger identifizieren? Viele, ja. Sie stehen nicht treu zu Frankreich. Ich fürchte, sie kontrollieren sogar Mitglieder der Regierung. Wachen! Ihr seid wahrlich ein sehr geschickter Spion, Paton. Vielleicht zugeschickt. Verhaftet den Verräter! Das könnt ihr nicht tun! Nein! Seht, welches Schicksal all jenen Blüten ihre Mitbürger verraten! Paton kennt wertvolle Templer-Geheimnisse. Und tot nützt er den Assassinen nichts. Findet das Notizbuch und dann rettet ihn. Patons Notizbuch ist ein Hues-Hues-Hues-Templer-Ordens. Ihr müsst es besorgen, bevor es vernichtet wird. Der Vordereingang wird ziemlich gut bewacht. Vielleicht solltet ihr nach Assassinenart heimlich eindringen. Ja, und jetzt kann ich endlich quatschen. Wir sind zurück bei Assassin's Creed Unity im Koop mit dem guten Sarazah. Und wir sollen den Schlüssel des Direktors stehlen. Ja, das machen wir doch gerade. Also, das war ja richtig cool aufgezogen. Wie eine Einzelspielermission irgendwie. Ja, das finde ich cool. Das sind natürlich alles Erinnerungen, die wir jetzt zurückkehren mit unseren Charakteren hier. Mit dem guten Tobi. Und ja, ich freue mich drauf. Das macht richtig Laune, Assassin's Creed Unity. Und ich hoffe, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt übrigens. Und ich hoffe, euch gefällt es ebenfalls. Und wir werden jetzt den Schlüssel des Direktors stehlen. Der Tobi hat sich extra im Internet einen ganzen Plan dieses Objekts ausgedruckt. Ja, ich hatte das alles eins zu eins wie bei GTA. Bei so einer Heist-Mission habe ich das auf meine Wand gemalt. Genau, Paris Maps. Können euch alles runterladen. Genau, und hat sich da vor den Planen gestellt mit Fotos und allem drumherum. Und der weiß total, wie es abgeht, ne? Ich kletter schon mal runter übrigens. Wir sind ja noch nicht in Gefahrenzone. Ich hätte jetzt gesagt, wir klettern übers Dach da rein, oder? Vielleicht ein ganz guter Plan. Also über den Boden, die meint ja, der Vordereingang ist gut bewacht. Das heißt, da sollte man vielleicht schon mal nicht lang gehen. Ich habe gerade mal Adler-Auge gecheckt und du hast recht, der Vordereingang ist gut bewacht. Das muss ich nur erst mal wieder hier hochkommen. Aber das wird, das kriege ich noch hin irgendwie, wenn er hier hochklettern würde. So, schön. Sehr gut, das klappt doch wunderbar. Also das war aber echt cool. Und der Monsieur Parton, ja, der kam in den Knast, beziehungsweise wird jetzt, soll jetzt gehängt werden sogar. Weil er ein zu guter Spion war und etwas über den Templerorden herausgefunden hat. Oh. Und hier sind verdammt viele Wachen, mein Lieber. Ja? Oh ja, da vorne, ich sehe es. Ist nicht so geil. Aber die sind alle blau, ne? Blau heißt doch nochmal freundlich. Oder wie war das? Wir sind ja jetzt hier im, ja, das sind Wachen, heiß blau. Vorsicht, Vorsicht. Oh. Wir sind jetzt aber auch im Gebiet, siehst du ja? Was bewacht wird, deswegen ist es so gekennzeichnet. Wir müssen erst mal einen Weg reinfinden, vielleicht ins Gefängnis, bevor wir hier jetzt groß rumlaufen. Ja, hier gibt es ein paar Sachen, ein paar Anhaltspunkte. Wow. So, den sind wir los. Vorsicht, Tobi. Lass uns hier mal an der Seite lang. Ja, ich glaube auch. Ja, von Panik kriegt man, dass man uns nicht mehr sieht. So. Jetzt können wir hier hochklettern. Ach, du hast einen schon gekillt gerade. Warte, ne, 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 ne. Ich bin aus Versehen von der Wand abgesprungen. Der hat mich nicht gesehen. Ich bin schnell zurück. Die sehen uns, wenn wir hier hochklettern. Okay. Also wir kommen hier die Wand nicht so gut hoch, siehste. Das funktioniert nicht. Wir müssen uns einen neuen planen. Guck mal schnell an deine Wand. Äh, warte, warte, warte. Wir könnten durch die Kanalisation reinkommen. Ja, das wäre doch eine Idee, wenn das jetzt wirklich klappt. Könnten wir tatsächlich, da vorne ist ein Kanalisationseingang, da müssten wir hier drüben lang. Komm mal mit. Ah, tatsächlich, genial. Deine Wand ist super. Ja, meine Wand ist hammer, Alter. Das ist, ich hab da auch, FBI und so ist da alles drauf, wie man da reinkommt. Boah, das wäre beinahe entdeckt worden. Ich musste gerade mal schnell wieder runter. Den Kopf einziehen. Wo bist denn du hier lang? Ach, da rüber, ne? Einfach rübergejumpt. Ja, der kommt, Anno kann ja mega weit springen. Ja, das ist mir ein Rätsel. So eine vierspurige Autobahn aus dem Stand ist für den kein Ding. Mega krass. So, da sind wir. Ich glaube, das könnte sogar funktionieren hier durch die Kanalisation. Ich hoffe es zumindest. Ja, probieren wir es einfach mal. Also die letzte Mission haben wir ja eher so fighterisch geklärt. Oh, alter Schwede. Ich hab keine Ahnung, ob das jetzt gut ist oder nicht. Ja, dachte ich vielleicht, oder? Gesundheit, Tobi. Ja, ich hab immer noch mit dem Hals Probleme. Mit dem Hals. Mit dem Hals. Ist auch bald Weihnachten, ne? Also ich bin jetzt oben lang. Aber ich glaube, es ist so oder so derselbe Weg. Ich weiß aber nicht, ob der jetzt da reinführt. Wir entfernen uns aber vom Ziel gerade, ne? Aber das war doch markiert, ne? Ich meine auch. Da war auch auf jeden Fall ein Eingang zu einer... Warte mal, ich guck noch mal. Ja, da ist ein Eingang für die Kanalisation. Aber vielleicht hätten wir in den anderen gehen müssen. Vielleicht sind wir in den falschen Eingang gegangen. Das kann natürlich sein. Kann natürlich auch sein, ja. Ich geh jetzt trotzdem mal hier weiter. Mal gucken, wo es uns rausbringt. Ja. Kick dir das mal an, wa? Wo bist du, äh, wo, wo, äh... Wo bist du lang? Oben weiter. Wir müssen mal wieder hoch. Das, ich glaube, das ist nix. Obwohl? Bist du jetzt oben weitergelaufen? Ja. Ich bin nicht oben. Jetzt kann ich wieder hoch. Klettern hier, theoretisch. Und ich komm dir mal hinterher. Hm, das ist interessant. Ich glaube, hier sind wir aber falsch. Obwohl hier ein interessantes Sprungbrett ist. Und nur so kommen wir dann darüber. Das ist ein Karrieresprungbrett für dich. Ja, auf jeden Fall. Hä, wo bin ich denn jetzt? Also ich bin hier wieder beim Aufgang. Und ich glaube... Also wenn du einen Aufgang findest, lass uns da wieder rausgehen. Ich glaube, wir sind hier falsch. Hm, hier ist ein Aufgang. Ja, dann gehen wir da mal hoch. Ich hab mal eine andere, einen anderen... Oh Gott, Eingang markiert. Können wir da vielleicht mal hinjumpen gerade. Warte mal. Bist du jetzt? Ach, da bist du. Hallo. Hallo. Laufen wir da mal schnell hin. Er hat uns überhaupt nichts gebracht. Nee, war vergeudete Zeit, aber man muss ja ausprobieren, ne? Genau. Mal zwischendurch. Oh, den hab ich auszusehen. Ja, was ist denn hier los, ey? Die fordern alle Minecraft von Erik wahrscheinlich. Guck mal, wieder Minecraft. Ja. Ja, aber ja, so ist es. So ist es. So, die Reise geht weiter. Da ist das Gefängnis und da hinten ist ein Eingang. Also wir müssen jetzt einmal ums Haus rumlaufen. Hallo, 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 hallo. Ja, ich hätte aber auch gedacht, dass da was drin ist, weil das war so direkt daneben. Wäre eigentlich ein cooler Eingang gewesen durch die Kanalisation. Ja, dachte ich eigentlich auch, aber gut. Wir können uns da Zeit lassen, wir müssen uns ja gar nicht hetzen. Nö, genau, wir machen hier einen ausgeprägten, kniffligen Plan. Das ist das Ziel. Ich bringe auch nochmal ins Heu. Wo willst du denn hin? Ach, darunter, ne? Hm. Ist ja da unten der Eingang. Ja. Ich weiß, wo die Kanalisation ihre Eingänge hat, Alter. Ja, du kennst dich ja aus, du alte Ratte. Was? Wie? Bitte, bitte was? So, hier jetzt einmal. Ja, doch, guck mal hier, das funktioniert. Jetzt sind wir... Ah, wunderbar. Siehst, ich habe doch vorhin schon gesagt, lass uns hier reingehen, aber du, nee, nee, will ich nicht. Als du an die Wand geschaut hast, hast du dich mal wieder verguckt, einfach. Ja. Hol dir meine Brille. Bin so immer, dass ich das alles auf Kopf geschrieben habe und das trotzdem alles erkenne. Ja, fotografisches Gedächtnis. Oh, das ist echt ein guter Gang gewesen hier, glaube ich. Ja, aber... Das sieht nicht schlecht aus. Echt aufpassen jetzt, glaube ich. Okay. Sie sind schon mal... Keine Wachen. Zwei Assassinen filtrieren das Gebäude. Oh ja. Okay, wir sind im Knast drin. Sehr schön. Jetzt fuhren wir raus. Die übernehmen wir ganz schnell weg, oder? Warte mal. Habt du die Idee, ich schnappe den anderen. Nee, ich rette erstmal hier die Wand, bevor ich krank. Vorsicht. Stopp, stopp, stopp. Ja. Da hinten sind noch mehr. Und den können wir jetzt auch so erledigen. Okay, sehr gut. Zack, eben mitgemacht. So. Da vorne haben wir noch zwei. Sehr schön, das haben wir gut gemacht. Okay, warte mal. Ich hab die Überlegung im Moment. Ich kann eine Phantomklinge im Start. Ach, du bist schon bei der Arbeit. Ja, natürlich. Shit. Das Notizbuch ist da drin. Da war noch einer drin. Zack. Wir brauchen irgendwie den Schlüssel. Ich glaub, der ist in der Etage drüber, ne? Aber wir interessieren uns auch gar nicht um den Typen. Der kann exekutiert werden. Wir wollen nur das Buch offensichtlich. Ja, ja. Das ist mein Ziel 1. Egal. Das ist eine Etage höher. Vorsicht, da kommen Wachen. Okay. Aber das haben wir bisher gut hinbekommen diesmal ausnahmsweise. Können wir nicht zu zweit in so einen Schrank? Willst du mal mit mir in so einen Schrank kommen? Ich hoffe nicht, dass das geht. Wenn das geht, ist das echt widerlich. Warte. Ne, passt nicht, ne? Ne, geht nicht. Hier kommt ich rein. Okay. Gott sei Dank. Oh, hier können wir... Also zappelst du bei mir rum. Ja? Oh. Ja, wie so ein Hofnarr. Vorsicht. Ich glaub, ich hab grad einen... Ne, irgendwie ist es grad ein bisschen buggy. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Da kommt, der kommt, der kommt. Ich seh nix mehr. Oh doch, jetzt seh ich den. Aber ich seh dich nicht mehr. Du schwebst bei mir gerade. Ja? Ein kreisiges Schloss. Ihr werdet einen Schlüssel brauchen. Ich überlege, ob ich den Typen mal eben dezimiere. Ja. Jetzt geht's wieder. Erledigt. Mit einem guten Move, Alter. So, bin ich jetzt wieder normal bei dir? Ja, du rennst wieder. Alles cool. War nur so ein kleiner Leck wahrscheinlich. Was ist denn da? Ja, die holen wir uns. Okay, ich bin in den rechten. Okay, ich bin in den linken. Okay, los geht's. Oh, da bin ich direkt mal vorbeigelaufen. Aber macht nix. Zack. Das geht sehr gut. Erledigt. Ich versuch mal, ich versuch mal. Bäh, das Schloss hier zu knacken. Keine Ahnung, was das bringt. Scheiß drauf. Vielleicht gibt's da wertvolle Schätze in dem Gefängnis. Da werden die gerne aufbewahrt. Ja. Klar, ich bring meine, ich bring meine Ersparnis auch immer ins Gefängnis. Oh, oh, Waffenlieferung und so. Klammer. Nee, hier ist gar nix. Was soll das denn? Das lohnt sich. Ah, warte mal gerade. Vielleicht gibt's hier ein... Nee, nicht mal ein... Doch, ein Fenster. Fenster. Aha, Fenster. Das Fenster muss es sein. Müssen wir da wahrscheinlich raus, ne? Wir können jetzt theoretisch runter in den Hof rein. Ob das Sinn macht? Weiß ich nicht. Oh, hi. Ich bin da von zwei entdeckt worden. Die wollen mit mir spielen. Okay. Die machen wir eben. Ab dir, die liegt. Alles schon gut. Alter, ich komm hier nicht weg. Was ist das denn bitte? Geh doch mal runter jetzt, Mann. Oh, ich werd beschossen von der Mauer. Das ist nicht gut. Von der Mauer wirst du beschossen? Ja, ja. Auf der Mauer, auf der Lauer. So, dann geh ich mal da hoch jetzt und hol mir die. Der beschießt jetzt dich übrigens. Ich hol mir den. Zack, ist tot. Ich hab mir erschossen. Okay, das ist aber noch einer. Okay, den schnappst du dir. Hab ihn. Sehr schöne Attentate. Da freu ich mich doch. So, können wir... Jetzt kommen wir hier, glaube ich, nach oben klettern. Oh, und wer sieht uns noch. Ah, der Typ aus dem Fenster. Vorsicht. Typ aus dem Fenster? Da hinten? Da hinten im Fenster ist jemand. Was für ein Macke, Alter. Ab ihn. In das Fenster müssten wir aber theoretisch auch rein. Wenn ich das richtig sehe. Ja, müssen wir nicht hier hochzaufen. Und da oben ist auch eine Truhe. Ähm, nee, bei mir. Die Markierung. Den Schlüssel, der direkt war. Aber da hinten ist eine abgeschlossene Truhe. Hattest du dir die damals schon geholt? Fams. Ohne abgeschlossene... Ja, nimm dir die. Schnapp dir die. Ich glaube, das ist eine Dreifach, wo man einen Dreier braucht. Ja, da wollen wir einen Dreier-Skill. Alter. Ich frage mich, wie wir in das Fenster reinkommen. Da müssen wir uns ja wahrscheinlich hier so an den Dingern lang heilen. Und jetzt hier rüber, oder was? Klappt das? Klappt tatsächlich. Ich wäre theoretisch am Start. Komm mal hier rüber. Warte, ich mach gerade Aerobik. Okay. Bist du da hingekommen? Einfach hingesprungen? Nee, da ran. Du musst dann hier zacken. Jetzt hoch. Super. Und jetzt kommst du rüber. Das ist ja cool. Das ist ein bisschen tricky. Aber das geht rein. Dann haben wir den perfekten Eingang, Alter. Ich glaube, ich komme aber da nicht hin, wenn du da hängst, oder? Kann das sein? Doch, kommst du, glaube ich. Müsstest du eigentlich. Ich bin jetzt auch noch ein bisschen rübergegangen noch. Du schaffst es. Spring ab. Trau dich. Ja, ich weiß nicht. Geh einfach oben lang, lass dich runterhangeln. Auch gut. So. Ich gehe durchs Fenster. Warte, ich mache erstmal hier kurz den Spion. Adlerauge. Oh, oh. Hier vorne ist eine Wache, ne? Ja, ja, die holen wir uns. Zack. Rein. Und umieten. Tod. Huch. Komm rein. M. Also, jetzt. Was machst du? Hier bin ich. War da. Ich mache das immer. Ich hänge mich auch immer bei den Nachbarn ans Fenster. Die zwei Helden sind wieder unterwegs. Aber manchmal ist die Steuerung auch echt hakelig. Ja, so teilweise schon. Vor allem, ich kann halt auch mit dem Playstation. Warte mal. Das ist das Ziel. Das bewegt sich. Der Schlüssel des Direktors. Siehst du, wie es sich auf der Minimap bewegt? Ich sehe es, ja. Okay, wir könnten die mit der Phantomklinge killen. Hier, die zwei. Oh, warte mal. Das ist ja schon viel drin. Ich habe, lass mal eine Berserker-Nummer machen, oder? Könnten wir auch tun, ja. Weil das ist immer lustig. Gut anzuschauen. Zack. Einfach mal durch die Tür. Der rastet jetzt aus, ne? Genau, der rastet jetzt aus. Und dann können wir uns das anschauen, hier aus der Nähe. Er sucht, Alter, er sucht. Ich brauche ein Opfer. Ich brauche ein Opfer. Ich brauche ein Opfer. Und hier vorhänge der Tobi und der Sarraza. Wie cool das aussieht, wie wir hier hängen. Was macht der denn? Mein Arno ist wertiger als deiner, ne? Ich habe gerade verstanden. Mein Arno ist wertiger als deiner. Mein Arno ist wertiger als deiner. Oh, der ist tot. Aber der Typ lebt noch. Er ist natürlich gut. Ich glaube, den schalten wir raus. Ach, sehr schön, Tobi. Richtig schöne Attacke. Okay, haben wir uns noch einen Spaß gegönnt. So Assassinen sind wir. Boah, ich bin jetzt Elite-Soldat. Ich habe gerade einen Level-Up bekommen. Oh, cool. Warst du, ach ja, nee, warst du noch nicht? Warst du noch nicht? Nee, fortgeschrittener bin ich. Da kann ja nicht jeder so weit sein wie du, ne? Ja, gut. Es ist aber, du steigst halt extrem immens auf, wenn du das Spiel halt durchzockst, ne? Äh, klar. Uh, du bugst bei mir ein bisschen rum, aber... Ja, zwischendurch lagst du manchmal. Was? Oh, ich muss reagieren, sorry. So, der hat nichts davon mitbekommen. Und da vorne steht direkt der Kollege, den ich mir eben mitschnappe. Zack. Oh, hier ist noch ein bisschen. Oh, Vorsicht, da hat mich einer gesehen. Oh, da kommen jetzt mehrere. Da kommen mehrere, Achtung. Boah, da ist er, da ist er. Da ist er, da. Vorsicht. Oh, der Schütze hinter dir. Wunderschön. So, ja, nehmen wir mal den Flüssen. Okay, das lief super. Ja, sammeln wir mal fleißig einen. Oh, der sieht zugerichtet aus. Der war richtig übel. Okay, ihr habt den Schlüssel. Jetzt holt euch das Notizbuch. Okay, ihr habt den Schlüssel, jetzt holt euch das Notizbuch. Aber die Mission ist ziemlich cool. Das ist cool, ja. Zack. Kannst du dir noch so ein Abzeichen holen hier an der Seite, wenn du willst. Hab ich schon. Das hab ich letztens bei einer Mission tatsächlich gemacht. Aber ich muss sagen, ich find doch Missionen immer gut, in denen ich gut vorankomme. Missionen, die ich nicht schaffe, die sind immer scheiße. Ja, das stimmt. Was aber nicht an mir liegt, sondern am Spiel. Natürlich, das ist immer nur das Spiel. Klar. Bei uns Pro-Gamer wird es nichts anderes passieren, als sie. Oh, pass auf, pass auf. Ja, ich hab's schon gesehen, deswegen wollte ich hier gerade mich eigentlich an die Wand lehnen und mich da hochklettern, aber sehr schön. Drei Stück sind das. Einer von denen kommt, glaube ich, gerade rein. Ja, der kommt her. Da oben ist auch noch einer. Oben auf den Dächern sind auch noch welche. Achtung. Ja, ich hab ihn. Der ist um die Ecke und der nächste bin ich auch noch um die Ecke. Du stehst gerade bei mir in den Dornaren und machst gar nichts, komischerweise. Ich hab gerade bei mir zwei weggeschliffen. Oh, Vorsicht. Ach, du hast den gerade bei mir nachgeschlagen. Also ganz synchron läuft das noch nicht. Nee, du sitzt bei mir immer noch in der Ecke. Ja, ja, ich war auch in der Ecke, tatsächlich. Ich hab die aus der Ecke raus eliminiert, weißt du? Attentat um die Ecke. Ach, jetzt läufst du wieder ganz normal bei mir rum. Hä, du hast gerade bei mir gar nichts gemacht. Voll kurios. Okay, den hol ich mir schnell. Gönn dir. So. Juhu. Das lief doch blendend. Wäre mal schön, wenn wir ein bisschen mehr Munition kriegen würden. Wobei wir natürlich jetzt für die Mission auch noch overpowered sind. Das kommt noch. Also die richtig schweren kommen noch, wo wir dann nicht lieber durchkommen. Ich glaube auch. Oh, Alter. Ich glaube, das ist eine Etage tiefer, wenn ich mich nicht irre, ne? Oh Gott. Wir sind falsch. Aber wahrscheinlich müssen wir aus dem Fenster raushippen hier oder so. Hier, guck mal. Hier kommen wir raus. Ja, theoretisch kommt man raus, aber... Genau, das ist das Problem. Ich glaube nicht, dass wir hier raus müssen. Wir müssen irgendwie drinnen bleiben, oder? Ich weiß nicht. Ich kletter mal da drüben hoch und guck mal. Okay, ich schaue mich hier mal weiter um. In der Zeit. Ein Fenster da unten. Guck mal schnell auf deinen Plan an der Wand. Ja, warte. Also es ist auf jeden Fall laut Adler unten in diesem Gemäuer. Wenn du es mal aktivierst, dann siehst du deine Truhe. Hier ist ein Fenster. Hier ist ein Fenster tatsächlich. Ganz außen. Okay, dann komme ich runter. Und hier sind auch keine Feinde. Ich hoffe, mein Plan auf meiner Wand hat mich jetzt nicht falsch gelotst. Wir springen einfach runter? Ja. Okay. Bleib mal hier stehen, dann siehst du, wo ich stehe. Hier oben. Oh, ich wurde irgendwie entdeckt. Aber ich bin ausgewichen. Hier oben bin ich. Hier oben bin ich. Du musst hier hochklettern. Tatsächlich. Da geht es lang? Ja. Sind wir da nicht falsch? Das wäre doch ein theoretischer Anfangseingang, oder? Das irritiert mich. Ja gut, wir können aber hier bestimmt gleich runterklettern. Das ist von dem Plan an meiner Wand, Warte. Das muss richtig sein. Okay. Dein Wort in Gottes Ohren. Hier ist bestimmt gleich irgendwo eine Treppe. Bitte lass hier irgendwo eine Treppe sein. Hier raschelt auch noch irgendeine Truhe. Hier vorne ist noch eine ungeöffnete. Truhe, wenn du die tiefschnappen willst. Falls. Aber warum auch immer. Wir müssen jetzt wieder hier raus. Wir sind falsch. Auf jeden Fall. Hier waren wir doch. Aber das ist... Wofür sollen wir denn da sonst hinkommen? Ist das komplett unterirdisch? Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, das geht runter. Wir müssen... Wahrscheinlich waren wir da schon richtig. Toll, Tobi. Lass dich bloß auf dem Plan an deiner Wand. Egal. Egal. Jetzt müssen wir nur erstmal wieder da zurückkommen. Aber das geht hier rüber. Also easy. Zack. Also das war kein Problem, der Abstecher. Den konnten wir mal machen. Okay, wie kommen wir jetzt da runter? Pass auf. Das Ding ist... Da vorne. Das heißt, wir müssen irgendwie in die unteren Etagen dieses Gefängnis kommen. Wir haben jetzt natürlich Schlüssel am Start und alles. Und hier ging es theoretisch raus aufs Dach. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich übers Dach gehen. Und ich attackiere die jetzt einfach mal. Komm. Wir über das Dach. Attackieren wir die mal. Alter, alles geht los hier. Zack. Vorsicht. Da sind die Nächsten. Hinter uns. Okay, jetzt wird es lustig. Ja. Aber alles? Leckt manchmal total. Aber man haut die trotzdem um. Okay, sind die alle down? Oben ist irgendwie noch einer. Oben sind die noch. Ja, mehrere. Einen habe ich. Warte, dann hängt es noch einer. Oh, ich habe mich versteckt. Hä? Also, den hast du ja auch. Was weiß ich. Das war's. Bams. Ja, der hat wahrscheinlich mich gesucht, als ich da gerade mich versteckt habe irgendwie. Wahrscheinlich wollte er die NPC auf den Falschen. Du weißt schon, dass wir jetzt ganz oben sind und nicht ganz unten. Ja, ja, aber klar. Hier können wir uns, hier geht es ja theoretisch dann raus. Und guck mal, da vorne ist noch ein Fenster. Ja. Da sind wir aber durchgekommen von der Seite. Das war das, wo wir auch schon waren. Das ist bestimmt ganz easy und wir kriegen es wieder nicht gebacken. Warte mal. Vielleicht ist der... Wobei, in den Fenster war der ja nicht mehr vorne, ne? Ich frage mich halt auch, ist das vielleicht... In der Kanalisation ist die Kiste nicht, oder? Die könnte theoretisch weit unten sein, aber es sieht mir eher nach Erdgeschoss aus. Dann sollten wir vielleicht jetzt mal den Vordereingang nutzen. Ich renne gerade mal durchs Gefängnis. Hier muss es noch was geben. Komm doch mal mit gerade, warte mal. Irgendwas haben wir hier übersehen. Und hier geht es auch runter? Da sind wir schon mal in der richtigen Etage. Alles klar. Hast du einen Weg gefunden? Ich glaube schon. Dann haben wir wieder zurückgerannt. Wir mussten ja einfach nach oben und dann nach unten. So einfach ist das, glaube ich. Also ein Gefängnis kann schon ziemlich verwirrend sein, auf jeden Fall. Da ist Patons Notizbuch. Das haben wir schon mal. Cool. Ah, siehste, da geht es doch... Da geht es doch wieder rund. Sehr schön. Da hast du es gefunden. Super. Zumindest das Notizbuch. Perfekt. Oder das ist nicht ein Notizbuch. Was war das jetzt gerade? Das war die Nebenmission. Ah. Nee, nee. Das war das Notizbuch. Jetzt retten wir Patons. Ah, den retten wir doch noch. Okay. Oh mein Gott. Aber ich... Boah, was mich halt immer so abschreckt ist, wenn wir jetzt verkacken, müssen wir dann alles noch mal machen. Ja, wir schaffen das aber. Ja, ich glaube auch. Wir schaffen das aber. Wir schaffen das auf jeden Fall. Ansonsten werden wir desynchronisiert. Wir haben die Inerinnerung jetzt nicht in Meisterleistung geschafft, aber es war voll in Ordnung. Ich finde es ziemlich cool. Also es macht einfach Spaß. Okay. Ja, super. Wo ist denn der jetzt schon wieder, Herr Heiliger Bambino? Ich glaube, wir müssen einfach in den Hof vorne rein, kann das sein? Ja, der muss ja jetzt im Knast sitzen. Das ist ja der Paton, den wir retten müssen. Der ist... Wir müssen ja komplett raus. Ja, ich versuche gerade mal... Warte mal, hier war doch irgendwo ein Fenster gerade noch. Ihr habt das ja noch gesehen. Hier ist auch ein Fenster irgendwo. Die Meister hat das gesehen. Wir können auch weiter nach unten hier. So können wir auch rausgehen. Ja, lass das mal machen. Hier ist ein Fenster. Hier ist ein Fenster, wo wir rauskommen. Direkt in die richtige Richtung sogar. Ach, der ist gar nicht hier im Gefängnis. Der ist in eine komplett andere Richtung. Wir müssen komplett weg. Also, okay, das ist krass. Ich bin jetzt auch hier. Arno, kann ich mal nach hinten springen, ne? Das ist auch irgendwie ein bisschen nervig. Über die Mauer und dann können wir hier vorne lang. Nach hinten springen? Ja, du kannst ja dich von der Wand abspringen, ne? Ja, genau. Das fehlt mir irgendwie. Aber das kann der Tor ein bisschen noch. So, ich bin drüben. Kommst du? Ja, ja, ja. Ich glätter hier gerade die Mauer hoch. Über die Mauer. Hui! So. Da vorne müssen wir irgendwie hin. Ich warte, warte auf dich, bevor ich da irgendwie, ja. Ah, guck mal hier. Zack. Kleiner, kleiner Abstecher zwischendurch. Okay, die sind down. Die hätten wir eliminiert. Super. Wieder Spaß gehabt. Ja, mal zwischendurch gerade. Kleines Appetit-Häbchen. Ablenkung, aber es gibt sehr viele Templer hier. Schaltet sie erst mal aus. Ach, jetzt sollen wir auch noch Templer töten. Alter Schwede. Krass. Das ist aber eine recht lange Mission, ne? Ist übel, ja. Geht richtig lange. Übel. Übel. Ja, aber cool. Irgendwelche Templer. Adlerauge mal anschmeißen. Ja, die sind in dem Gebiet. Vorsicht, die sind auf Wachen. Ja, auf dem Dach. Ne, ist der auf dem Dach? Ne, auf dem Boden ist der nicht. Der ist schon mal, da ist schon mal einer, genau. Der ist auf dem Boden. Und ein Adlerauge aktivieren, wenn es frei ist. So. Und da vorne mache ich jetzt nicht noch mehr aus. Das bedeutet, wir müssen uns den schnappen. Ich würde sagen, das ist ein ganz schnelles Antat von oben, oder? Ja, wenn das klappt. Ein ziemlicher Irrer, was? Ja, ich bin einmal, zweimal, dreimal hin und her. Geht. Läuft. Super. Alter, komme ich nicht hier vorbei? Hol mir mal den hier auf dem Balkon. Der hat dich nämlich anvisiert. Ja, ich glaube, ich bin da mal raus. Also, ich glaube, das ist nicht gut. Ja, du bist aus dem Gröbsten, bist du raus, ja. Genau, das war ein schnelles Antat. Eine ganz schnelle Nummer. Dann müssen wir jetzt... Oh, warte, jetzt sieht mich irgendwie weder von hinten. Vorsicht, der da unten. Der ist gefährlich. Er ist tot. Sehr schön, Alter. Gut gemacht. So. Jetzt müssen wir mal wieder den retten. Okay, nächste Aktivierung. Das ist unser alter Freund. Moment, aber wir sollen erst die Assassinen töten. Templer, ja. Warte mal. Äh, Templer natürlich. Assassinen. Komm nicht in die Tüte. Zumindest hier nicht. Okay. Oh, hier ist einer. Das war ganz schlecht, was ich gerade gemacht habe. Wo bist du runtergesprungen? Nee, nee. Okay. Die haben mich nämlich gesehen von oben, aber nur kurz. Da drüben ist noch ein Templer, den habe ich mir. Ja. Schnapp ihn dir. Zack. Sehr schön. Hast du gut gemacht. Klingel im Kopf, Alter. Klingel im Kopf. Okay. Weißt du, wer der Nächste sein könnte? Könnte ich mir gut vorstellen. Da hinten auf dem Balkon. Siehst du den ganz in der Ferne? Da vorne, ja. Ist doch so, wäre doch so typisch, ne? Ich mach mal Adler-Augen. Äh, reicht dir noch nicht. Also soweit. Nee, ist er aber auch nicht. Das ist er nicht. Okay, alles klar. Ist nur normaler Schütze. Ja. Okay, ich werde jetzt gleich entdeckt. Oder doch, doch, das ist er. Das ist er tatsächlich. Das ist er. Ich mach ihn platt. Töt ihn. Ab ihn. Sehr schön. Okay. Alter, hier sind nur solche Sparten. Ich muss gerade mal wieder entkommen. Haltet euch bereit, ein paar Tore rauszuholen. Was geht ablenken? Ach du Scheiße. Okay, die Ablenkung. Wir müssen uns beeilen. Boah. Krass. Schnell. Hinterher. Alter. Ich bin dran. Da vorne ist er im Gebiet irgendwo. Oh Gott, ich hab ihn verloren. Ich auch. Können wir weiter hier lang. Adler-Auge. Ah, da vorne ist er. Alter, 170 Meter? Wie ist er denn so schnell vorbeigekommen? Ich war gerade 30 Meter hinter dem. Ja, genau. Also echt, was ist das Speedy? Gonzales war ein Leere. Der macht einen Monkey Ball durch die Kanalisation, Alter. Okay, schnell hinterher. Wir kriegen den. Links oder rechts? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich geh mal hier links gleich. Ich geh hier lang. Wir kesseln den jetzt ein. Okay, das klappt super. Ey, der war gerade 70 Meter entfernt. Oh, fuck. Stopp, 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 stopp. Sperrgebiet. Oh. Wir könnten uns die beiden am Eingang direkt holen. Ja, machen wir. Die sind gerade abgelenkt. Ich nehm links, du nimmst rechts. Okay. Ich hab sie beide. Das ist ein schönes Doppelantentat. Vorsicht rechts. Verdammt. Hab ich. Oh, Vorsicht hinter uns. Es geht ab. Jetzt geht's los. Okay. Wunderbar. Ich freu mich drauf. Ah, die hätten wir gut eliminiert. Das war kein Thema. So. Bam. Tschüss. Hier ist aber irgendwo ein Schütze, der uns gesehen hat. Ich geh mal. Oh, ja, ja, scheiße. Vorsicht. Hol mir den. Alles gut. Hinten sind noch viel, viel mehr Feinde, ne? Vorsicht. Ja. Hast du mir echt aufpassen? Jetzt können wir das Sneaky vorgehen. Jetzt haben wir es erst mal verkackt. Wobei, eigentlich haben wir es gar nicht verkackt. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. So. Er muss sich ja irgendwo befinden. Der gute Patron. Patron. Vielleicht sollten wir unterirdisch wieder vorgehen. Ja, wir müssen den ja finden. Meinst du, der ist unterirdisch im Kanal abgauen? Ja, klar, ne? Das klingt logisch. Ja, gut. Wir könnten erst mal unterirdisch durch die Gegend ballern und könnten mit dem Adlauge vielleicht gucken, weil das geht ja durch Wände. Und dann hätten wir den vielleicht schon mal auf dem Schirm. Dazu müssen wir den aber töten. Warte mal. Meinst du, das klappt mit einem Phantom-Klinger oder meinst du, der ist zufällig gepanzert? Ne, du kriegst den platt. Schaffst du, Tobi. Kriegst du hin? Komm, zieh durch. Ne, geht nicht. Ich kann den nicht anvisieren. Du musst kurz aufstehen. Und von der Seite. Es geht manchmal aus der Deckung nicht. Ah ja. Hast du erwischt. Ne, lebe noch. Lebe noch. Hä? Du hast mir irgendwie nicht richtig... Voll abgeschüttelt einfach so. Als wäre das nichts gewesen. So eine Klinge im Kopf. Okay, wir machen den zu zweit. Wir machen den zu zweit. Da muss der down gehen. Ich habe keine Phantom-Klingen mehr, leider. Ach so, okay. Dann machst du so. Aber ich nehme mal hier hin. Ja, erledigen, komm. So. Super. Mal gucken, ob ich die Schlöße, ob ich das klacken kann. Oh, das ist ein Dreierschloss. Nein. Scheiße, na toll. Das ist mies. Ich versuch's trotzdem mal. Manchmal habe ich ein bisschen Glück. Glück? Ah, einen habe ich. Einen habe ich. Oh, ich bin so gespannt. Das würde ich nie hinkriegen. Ich habe 17 Stifte, also... Geht noch ein bisschen. Kann man Medizin hier einmal nehmen gerade? Medizin mittlerweile. Alter. Analysier ein bisschen das Gebiet in der Zeit. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Der ist unten. Hast du ihn? Der ist tatsächlich unten. Der ist da unten. In der Kanalisation? Ja. Da kommt einer. Ja, ich kümmere mich um den. Hast du ihn? Hast du ihn? Super. Okay, zack. Warte mal, ich glaube hier hinten... Vorsicht, nein, du kannst da rein. Ah. Oh mein Gott, oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott, das war's. Alter, was ist denn hier auf einmal los? Wollte ich gerade noch fahren. Hey, da brauchen wir eine Raubbombe, oder? Oh, ich werfe immer zwei aus Versehen, weil ich dann immer warten, warum kommt da keine? Zack. Ja, das war natürlich meine Schuld jetzt hier, das Massaker. Ja, das ist ja völlig wurscht. Mir natürlich äußerst leid. Das war auch echt links in die Ecke, aber halb so weit. Oh, da kommt irgendein Schütze, der ist ein Problem. Ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Da oben. Der ist hier, wo ich bin und dann ganz oben, ja. Okay. Mann, jetzt verreckt auch endlich alles. Jetzt habe ich natürlich keine Waffe dafür. Obwohl, ich habe ja die Feuerwaffe sogar ein bisschen... Ich renne da hoch, ich hole mir den. Will ich ein bisschen was gut machen hier. Passt die Reichweite? Nee. Hol dir den, genau. Schön machst du das. Zack. Machst du so einen Grundsprecher von Otti Fischer? Hier ist eine Kiste. Eine Schutze. Ich habe auch wieder so eine Dreierkiste. Ihr habt eine Schürze gefunden. Eine Schürze? Schürze. In der Schürze liegt die Würze. Alter Schürzenjäger. Okay, jetzt machen wir mal weiter hier. Das wird ja voll die ewig lange Folge heute. Also bald machen wir die jetzt 20 Minuten auf jeden Fall. Es seien so ungefähr. Ja, ja. Aber heute mal spezial. Ja, heute mal spezial, weil es so viel Spaß macht. Weil es so viel Spaß macht. Mann, ich kriege die scheiß Kiste hier nicht. Ich habe den hier aber eliminiert eben. Der stand im Weg. Ich weiß auch schon, wo wir weiterkommen. Hier ist links noch ein Eingang für die Kanalisation. Da können wir rein. Oh, tausend. Ja, ich war auch schon mal in dem Gebiet hier. Ja, ja, genau, genau. Da musste man, glaube ich, diesen einen Typen da töten mit dem Vollbad. Oh, hier müsstest du auch. Hier müsstest du mal was cracken. Das ist für zwei. Ah, cool. Ich komme. Da musste man diesen Typen killen, wo man dann, ähm, boah, wie hieß der denn? Der sah aus wie der Weihnachtsmann. Ein bisschen. Hm. Ähm, ah ja, 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 ich weiß, wen du meinst. Wo man dann den Weg abgehen konnte und, ja, genau, genau. Ja, das war eine coole Mission eigentlich sogar. Ja, ja, ja. Ähm. Oh, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, der Templer muss sterben oder so. So. Danke schön. Oh, das ist so freundlich. Was? Kein Problem. Okay, jetzt haben wir den aber. Jetzt kriegen wir den Burschen. So mit dem Quatschen, aber ich glaube, sind hier noch Feinde? Ich glaube nicht, ne? Nee. Holen wir uns den Kerl. Boo. Hier. Ready? Jupp. Nun, was kann ich für euch tun? Paton ist den Assassinen beigetreten. Schöne Rettung. Oh. Handgemacht. Der sieht aber gar nicht mehr aus wie der Typ, den wir im Video gesehen hatten, ne? Nee. Der haben die die Hache rasen. Ah, der hatte da auch eine Perücke an, immer. Ach, stimmt ja. Wobei der aussieht wie Bulli, Alter. Alter, das war eine super Erinnerung. Ja, Bulli, der vom Game, ne? Das war echt cool. Also das, das gefällt mir, hat mir richtig gut gefallen. Und wir haben Rüstungsteil freigeschalten. Wir hätten aber drei hier kriegen können, sehe ich gerade. Was ist denn da passiert? Ja, wir waren wahrscheinlich wieder zu auffällig. Vor allem nicht gerade halt am Ende, weißt du. Ja, stimmt. Ach, stimmt. Das ruiniert echt die Bewertung dann, ne? Aber egal. Mir hat es trotzdem gefallen. Ich hoffe, euch auch. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode von Let's Play Assassin's Creed Unity im kooperativen Spielmodus. Übrigens, falls ihr euch gewundert habt, das hatten wir beim letzten Mal gar nicht angekündigt, das Let's Play kommt alle zwei Tage. Ganz wichtig nochmal hier zur Information für die, die drauf warten. Und ansonsten wünschen wir euch einen schönen Tag, oder? Ja, finde ich auch. Schönen Tag euch. Und schöne Weihnachten ist ja gerade, ne? Es sind ja Weihnachten bald hier. Schöne Weihnachten. Ja, bald in Kürze, ne? Auf jeden Fall. Eigentlich Abend macht's auch gut. Adiosso. Ja, bis dahin. Justine.